Moin Leute, wenn ich so auf die Höllendamen gucke, dann denkt man vor allem zuallererst an so Monster wie Asima, an vielleicht so Monster wie Etna, vielleicht auch noch Kraka oder Raki. Für mich war allerdings immer das Schlusslicht der Höllendamen-Familie, die Dame hier, die Wasserhöllendame Beth. Mittlerweile hat allerdings Comptoast einige Veränderungen an Beth vorgenommen, wo man sagen muss, ich glaube, die ist jetzt aktuell ein richtig gutes Monster und wie gut die wirklich ist, gucken wir uns jetzt einmal an. So und ich dachte, wir gehen mal am Laufe dieses Videos mal durch die verschiedenen Spielbereiche, die es so gibt und gucken mal, wo Beth da überall ganz gut ist. Den ersten Spielbereich, wo ich mir so dachte, oh hier kann man sie wahrscheinlich sehr gut dann einsetzen mit dieser dritten Fähigkeit, die wir jetzt aktuell haben, denn vielleicht habt ihr es nicht mitbekommen. Die dritte Fähigkeit ist mittlerweile jetzt komplett verändert zu früher. Früher war das ja nur ein Defense Break und ich weiß nicht, was da noch alles über die Jahre so mit dabei war. Aber aktuell kann man hier auch im letzten Satz noch sehen, dass die Angriffsleiste verringert wird, je nachdem wie viele schädliche Effekte auf den Gegnern sind. Das macht es ja natürlich vor allem für den Turm der Prüfungen für solche Debuff-Teams sehr, sehr interessant. Vielleicht auch in den späteren Turm der Prüfungen, wo man ja dann diese Turm der Challenge oder wie das Ding heißt, mit spielen kann. Wir gehen jetzt erstmal ganz normal in TOA Heart rein, in die hunderter Etage und ich zeige euch mal so grundlegend, wie ich mir das gedacht habe. Ich dachte, wir spielen hier vor Beth noch zwei Monster, die debuffen können. Das ist zum einen Tyrant und Spectral. Dann haben wir hier die gute Beth, die ich jetzt einfach mal auf Speed HP ACC gepackt habe. Viel ACC wichtig, damit die Fähigkeit 2 und 3, vor allem die dritte, auch trifft. Und dann habe ich dahinter noch ein Monster geschmissen, was natürlich sehr viel von Debuffs profitiert. Das kann Amber sein, das kann aber auch eine Nora sein, wenn ihr die habt. Und ganz zum Schluss habe ich einfach einen Monster, was die Codowns wieder zurückholen kann, dazu gepackt. Und die ist hier auf Speed Attack ACC und das Ding war hier auf Speed HP HP. Dann gehen wir mal rein, würde ich sagen, und wir gucken mal, wie das Ganze hier vonstatten geht im Turm der Prüfungen. Und ich kann euch sagen, ich war sehr, als ich das erste Mal getestet habe, war ich sehr positiv überrascht. Achtet jetzt bitte nicht auf die Reihenfolge von Tyrant und Spectral. Ich persönlich mag die eher andersrum, eher getunt. Wir machen das jetzt so rum und haben wir vielleicht jetzt ganz viel Debuffs drauf. Es sind schon so drei bis zwei bis drei Debuffs drauf. Jetzt machen wir die ewige Narbe. Und früher konnte die ewige Narbe ja Max HP zerstören, falls ihr euch noch erinnert. In meinem Kopf war das noch irgendwie mit drin. Und mittlerweile habt ihr gesehen, die Angus-Balken gingen jetzt auf null. Und das ist ja sehr, sehr mächtig. Und jetzt sind hier noch mehr Debuffs drauf. Hier sogar bis zu fünf Debuffs jetzt. Und jetzt kommt Amber und schießt natürlich noch mal ein bisschen drüber. Dann holen wir die Codowns wieder zurück und machen dasselbe Spiel wieder von vorne. Also ich persönlich finde Beth, jetzt gerade auch mit dieser Angus-Balken-Reduzierung, macht sie das auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch. Und macht sie jetzt vor allem auch für den Turm der Prüfungen auf einmal richtig nutzvoll. Was vielleicht vorher eher so gar nicht der Fall war. Auch wenn ich weiß, dass manche Leute von euch, die auch gerne vielleicht den Feynman genutzt haben als Farmer. Oder vielleicht sogar auch schon den Turm der Prüfungen vorher wegen dem Defense Break. Aber ich persönlich fand sie jetzt sogar noch ein bisschen besser. Und jetzt haben wir schon wieder die ewige Narbe. Wieder zurück damit. Wieder Angus-Balken reduzieren. Vielleicht auch mal ein Defense Break treffen. Die ganz rechts, die ist aber mega resistent. Und jetzt wieder drüber joinken. Und dann haut ihr hier einen nach dem anderen aus dem Leben. Und könnt ihr eine Menge machen. Selbst wenn ihr keine Amber habt oder auch keine Nora. Dann könntet ihr hier noch ein weiteres Dot-Monster vielleicht auch reinspielen. Oder Debuff-Monster und den Gegner hier wegzumachen. Hier könnte man wahrscheinlich auch ein paar Retter noch mit reinspielen. Also eine Menge möglich. Also hier im Turm gefällt mir das ja schon ziemlich gut. Jetzt überlege ich mir mal, wo könnte man das vielleicht auch im PvP-Bereich nutzen. Und da habe ich mal so ein bisschen geschaut. Und habe euch mal ein bisschen was für die Arena zusammengebastelt. So und in der Arena dachte ich mir, sind doch aktuell solche Dot-Teams gar nicht so schlecht. Gegen so Monster, die ziemlich tanky sind. Grüße gehen raus an Byung-Chul, den Dokebi-Lord in Wind. Und die Beth hat ja aus der Vergangenheit immer noch eine 44%ige HP-Lead. Was ja auch nicht so verkehrt ist, wenn ich so sehe, jetzt gerade mit Nora das zu spielen oder mit anderen Kollegen hier, ist das wahrscheinlich noch mit die sinnvollste Lead, die man hier spielen kann. Natürlich eine Speed Lead wäre noch ein bisschen besser. Aber ich glaube, wenn die eine Speed Lead kriegen würde, holy shit, dann würde die wahrscheinlich ziemlich, ziemlich gut sein. Die Angriffsreihenfolge von diesem Team läuft so, dass wir hier sozusagen mit Nora zuerst angreifen. Die ist hier bei mir auf Speed HP HP Prozent mit genug ACC. Die hat 74 hier und auf der zweiten Fähigkeit nochmal 17 durch Artefakte. Also genug für diese 85er Threshold, die wir brauchen. Dann haben wir hier Saad. Der ist auf Speed HP ACC. Den auch direkt dahinter möglichst nah dran, dass hier noch genug Debuffs passieren. Wenn genug Debuffs drauf sind, dann geht einmal Beth dazwischen, macht dann die dritte. Ich habe sie wieder auf Qual, Speed HP ACC. Vielleicht kann man sie auch noch mit mehr Attack bauen. Vielleicht kann man sie auch noch mit mehr Crit Rate ausstatten. Jetzt in der Arena allerdings, wo man öfter vielleicht auch gegen eine Camilla ran muss, habe ich versucht, auf Crit Rate zu verzichten. Und dann haben wir hier noch Amber. Die habt ihr gerade schon gesehen. Speed HP HP. Und ich habe euch jetzt mal so ein paar Replays rausgesucht, wo ich das schon mal erfolgreich getestet habe mit dieser Offense. Und ich muss sagen, das lief gar nicht so schlecht. Dann schauen wir mal rein. Erste Defense. Und wir sehen hier besagten Björn-Chul und wir sehen auch eine Camilla. Und wir starten rein mit den ganzen Debuffs. Und jetzt auf die Angus-Balken achten, der gegnerischen Monster. Und die geht auf einmal stark in den Keller, die Angus-Balken. Was uns dann nochmal Zeit gibt, nochmal teilweise extra Runden zu ziehen mit weiteren Monstern, wie beispielsweise Nora. Und jetzt die Nora natürlich. Okay, Nora hat jetzt einfach drei Runden gezogen, Bruder. Aber Björn-Chul, jetzt weißt du mal, wie es ist. Und jetzt ist es aber natürlich heftig. Was jetzt hier runterdottet. Aber alleine schon dieses kleine Setup und gerade auch als Wassermonster Angus-Balken reduzieren können. Gar nicht so bad, würde ich sagen. Gar nicht so bad. Gucken wir mal rein ins nächste Replay. Im nächsten Replay, jetzt steht hier wieder mehr Heilung. Abelio, Camilla, Kinky. Für manche Leute ja immer noch ein Problem. Und dann steht da noch ein Kanal. Wir setzen wieder die Angus-Balken zurück. Abelio muss man jetzt mal so gefühlt umspielen. Hoffen, dass wir ein paar einige Heil-Blocks treffen. Aber der Cleanse-Block ist ja im Übrigen auch nicht so schlecht hier an mancher Stelle. Hier nochmal ein Dot weiter auf Kinky. Wir haben jetzt ja mit Saad auch die doppelte Dot-Power, kann man sagen. Also der kann jetzt einiges runterdotten. Hier vielleicht nochmal den Kanal nochmal dotten. Abelio macht jetzt wenig wegen den Heil-Blocks, die verteilt worden sind. Aber das ist ja passiert vor allem durch andere Monster, nicht durch Bef. Aber Bef hat halt eher so dafür gesorgt, dass die Gegner verwundbarer werden und Angus-Balken vor allem verlieren. Ich fand diese Angus-Balken-Mechanik nicht so schlecht. Jetzt sehen wir hier, dass auch gleich die Camilla das zeitliche segnet. Möglichst nicht mehr Kritten. Und dann heißt es eigentlich bloß noch 3 gegen Abelio. Und das sollte gerade mit einem regelmäßigen Heal-Block, der ja durch Saad passieren kann, durch die Amber, wenn ihr die habt, durchaus möglich ist. Und jetzt wieder dritte Fähigkeit. Zack, Angus-Balken versucht zu reduzieren. In dem Fall sogar noch ein Stun- und Cleanse-Block draufgehauen. Und dann ist Abelio auch weg. Wundervoll. Gucken wir nochmal ein drittes Replay an. Und dann seht ihr, wie das Ganze so funktioniert. Vor allem natürlich wichtig gegen Tanky-Defenses. So, und die dritte Defense ist jetzt wieder gegen Björn-Chul. Und diesmal mit Halfas, Abelio und Karnel. Recht Tanky. Was, was man wahrscheinlich eher runterdotten möchte, als dass man das mit Lugen oder so angreift. Und deswegen habe ich mich jetzt wieder mal für die gleiche Offense entschieden. Hier wieder Angus-Balken runter jetzt mit Bef. Und das klappt richtig, richtig gut. Also die Angus-Balken, die sinken aber auch hier. Aber wichtig, dass immer viele Debuffs draufmacht. Der Angus-Balken sinkt ja immer entsprechend der Debuffs, die auf den Gegnern sind. Das muss man natürlich beachten. Deswegen habe ich hier auch Saad und Nora vorneweg geschickt irgendwie. Wenn ihr einen anderen Stripper als Nora spielt, dann kann man glaube ich auch sowas wie Chivo spielen. Oder andere Monster, oder andere Stripper, die gleichzeitig irgendwelche Debuffs verteilen. Jetzt macht Nora wieder Nora Dinge. Macht auch den Halfas hier richtig lang. Aber ich glaube auch Halfas wäre auch ohne Nora mit regelmäßigen Heilungsblock hier nicht so verkehrt gewesen. Und jetzt sollte es eigentlich so gut wie durch sein. Abelio zuckt vielleicht noch. Nee, zuckt gerade nicht mehr. Wir machen jetzt einfach den Björn-Chul weg. Und ich würde sagen, das sieht auch sehr, sehr gut aus. Also zumindest in der Arena für solche Dot-Teams gegen so Tanky-Defenses. Auf jeden Fall eine Lösungsmöglichkeit mit der Bef. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt jetzt mal ins nächste Content-Gebiet. Und zwar dachte ich so, na gut, mit diesen Angriffsbalken reduzieren. Da gibt es doch einige Kontrollkombinationen bereits schon in der Welt-Arena. Vielleicht spielt ja auch irgendjemand Welt-Arena. Und ich kann euch sagen, tatsächlich. Und da gucken wir jetzt einmal rein. So, in der Welt-Arena habe ich jetzt eine Variante gefunden. Natürlich, man kennt's Hegang Tomoe. Das ist sehr beliebt. Jetzt allerdings kombiniert mit Bef und Layla. Und Layla hat das natürlich auch sehr gut. Und sogar nochmal Leaser. Also noch mehr Angriffsbalken-Reduzierungen. Ähm, und jetzt sind die Bef wahrscheinlich die bessere Liesel-Variante geworden. Äh, weil sonst hat man ja Liesel auch zum Angriffsbalken-Reduzieren und Defense-Breaken benutzt. Das geht jetzt natürlich mit Layla, äh, mit Bef auch ganz gut. Angriffsbalken sind komplett runter. Und jetzt auch so Monster wie Vero-Mons machen jetzt wenig, wenn sie keine Runde bekommen. Und das ist jetzt die komplette Kontrolle, ne? Also wirklich die pure Kontrolle hier. Die zweite Fähigkeit von Bef wurde jetzt natürlich gebufft. Sehen wir jetzt. Macht aber noch nicht so viel. Also gut, muss aber auch nicht. Ich finde die dritte Fähigkeit ist aber auch schon ganz gut. Zweite Fähigkeit immer noch so Lala. Die war jetzt im letzten Balance-Patch zwar drinne. Aber wir gucken mal, wir haben hier drei oder zwei Monster gehabt, die mit Tetra und mit Vero-Mos, die eigentlich den Counter, die eigentlich die Counter darstellen sollen, gegen das, was da auf der Gegenseite steht. Und jetzt gucken wir mal, sobald Bef die dritte Fähigkeit wieder hat, ob das passieren wird. Ich weiß gar nicht, ob es mir vielleicht auch interessant ist, mit Bef auf Gewalt zu spielen. Das kann ich mir noch mehr toxischer vorstellen, dass du dritte into zweite direkt reinproppen kannst. Möglicherweise. Und jetzt die dritte Fähigkeit einmal drin. Und jetzt wieder mit Tomo Yangos Balken reduziere. Du kannst dich basically nicht wehren dagegen. Also auch mit Bef kann man hier, selbst wenn man keine Layla hat. Also ihr habt ja gerade schon die beiden Varianten gesehen. Da war ja auch noch ein Liese gepickt worden. Der Vampir in Wasser wäre auch noch, wenn ihr keine Layla habt, eine Möglichkeit. Wobei Layla sich ja immer wieder angriffsbalken geben kann. Aber sehr interessante Variante. Ich habe noch ein bisschen weiter geguckt, weil es noch so viele Varianten gespielt worden sind. Und die gucken wir uns jetzt an. Und eine dieser Varianten ist hier tatsächlich im Guardian-Bereich stattgefunden. Und wir sehen auf der rechten Seite einen Dark Robo. Natürlich wieder mit Tomoe, hier mit Edna und mit Oliver. Und dann kommt ganz zum Schluss die Bef. Und hier wird der Oliver rausgebannt. Da steht sogar eine Juno als Counterpick. Aber ich glaube, also wirklich, Bef ist hier tatsächlich ein ziemlich gutes Monster gegen Juno. Weil man eben mit diesem Cleanse-Block Juno erstmal so ein bisschen unterbrechen kann. Dass sie nicht alles direkt wieder runtercleanzt. Und das sieht man jetzt hier auch. Hier sieht man erstmal, dass der Gegner so gar keinen Stich sieht. Jetzt der Dark Robo nochmal drüber. Zack. Juno bekommt sogar die Runde. Aber ihr seht, selbst wenn Juno mit dem Cleanse-Block die Runde bekommt, sie kann nicht alles runtercleanzen. Und das macht Bef natürlich auch sehr, sehr stark hier gegen Juno. Also, und dann hat der Gegner irgendwann gar keinen Bock mehr. Mal eine schöne Variante mit dem Dark Robo, der ja auch auf mehr Debuffs noch mehr Schaden drücken kann. Sehr coole Variante. Aber eine habe ich noch für euch. So, und die finale Variante aus der Welt Arena, die ich hier noch gefunden habe, die ich ganz schön fand. Ich dachte mir, gibt es dann auch jemanden, der die Eier hat, das Ganze mit Amber zu spielen? Das heißt, quasi den Gegner debuffen und dann schön mit Amber runterziehen die Lebensbalken. Und tatsächlich hat es jemanden gegeben hier im Richterbereich. Ich dachte, wir gucken uns das mal an. Der Gegner natürlich auch wieder, wenn ihr das seht, ich pausiere mal kurz. Und da steht schon wieder Gabso, da steht schon wieder Juno, da steht ein Bellagio, der wieder Debuffs entfernen kann. Also schon wieder das komplette Counterplay im gegnerischen Team. Der hat sich so gesagt, nee, damit kommst du jetzt nicht durch. Na, mal schauen, ob der Plan aufgeht. Wir gehen mal mit Leila rein hier, zack. Leider Lydia verpasst, aber das macht nichts. Jetzt nochmal nachstreppen, Stun auf Juno. Und jetzt kommt natürlich wieder unsere Bef. Und die sogar auch direkt nochmal die zweite nochmal benutzen kann. Die ist hier, glaube ich, sogar auf Gewalt gewesen. Und jetzt zack mit Amber einmal drüber. Und das ist natürlich belohnt. Da müssen wir nochmal ganz kurz, ich spure nochmal ganz kurz zurück. Ich muss nochmal die Befsituation sehen. Das war hier, glaube ich. Lass uns das nochmal kurz nochmal anhalten. Das muss man nochmal genießen. Dritte Fähigkeit rein, Angriffsbalken zurück. Und jetzt kriegt sie die Zusatzrunde, was nicht durch Fähigkeiten kommt, sondern wahrscheinlich durch das Gewalt-Set. Und jetzt nochmal die zweite hinterher. Das hat echt viel Schaden, vor allem auch Villageril auch gemacht. Und dann farmt Amber ab. Das sieht natürlich sehr, sehr cool aus. Also Bef hier. Also ihr seht schon teilweise die Replays. Das war jetzt Richterbereich. Wir hatten gerade davor noch Guardian-Replays. Also ich glaube, Bef müsste jetzt echt auf dem Schirm haben. Das ist ein gutes Monster geworden. Und damit würde ich sagen, sind wir auch wieder am Ende angekommen von dem kleinen Video. Ruhentechnisch würde ich Bef versuchen, entweder mit Qualruhen oder mit Gewaltruhen auszustatten. Auf Speed, vielleicht sogar noch mit ein bisschen mehr Attack in den Sub-Eigenschaften. Das ist vielleicht Speed-Attack-ACC, Speed-HP-ACC. Das würde ich vielleicht machen. Oder schreibt es doch gerne selber in die Kommentare, falls ihr selber schon Bef spielen solltet. Wie ihr sie derzeit ruhend für die Welt-Arena, für den Turm oder für was auch immer. Je nachdem, was ihr da so spielt. Aber ich persönlich war jetzt wirklich sehr, sehr positiv überrascht von Bef. Und von dem, wie sich dieses Monster so entwickelt hat anscheinend über die Balance-Patches. Und es ist Asche über meinen Haupt sehr lange an mir vorbeigegangen. Also hoffentlich hattet ihr das schon früher auf dem Schirm. Wenn nicht, dann vielleicht jetzt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann schmeißt ihr gerne noch den Daumen nach oben drauf. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr solchen Content sehen wollt. Ich werde in nächster Zeit wahrscheinlich noch einige Monster mal wieder genauer anschauen. Und dann werdet ihr auch noch mehr Content solcher Art sehen. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao.